Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 28. August 2017? Es ist die richtige Augenblick Gewinn machen, einen Vertrag unterschreiben, handeln oder etwas investieren. Aber wir sollten berücksichtigen, das ist noch etwas unklar. Oder im Augenblick fühlt sich etwas noch unsicher an. Und genau dieses Feingefühl brauchen wir momentan. Wenn wir innerlich unsicher fühlen oder wir brauchen noch ein bisschen Klarheit oder das Gefühl, etwas sollte man noch überprüfen, dann lieber Zeit lassen und das nochmal anschauen, weil das ist wichtig im Augenblick. Also eine spontane Handlungsweise wäre heute ein Fehler. Wenn wir etwas kaufen, vielleicht noch die Preise vergleichen oder vorwiegend etwas unterschreiben, was mit den Finanzen etwas zu tun hat, nochmal durchlesen, nochmal etwas überprüfen. Also wichtig ist noch für einen Moment stehen bleiben, etwas noch erkennen und wenn wir sicher sind, dann aktiv sein, dann Schritte machen, weil das bringt Gewinn. Wenn jemand Interesse hat, ihre finanzielle Situation verbessert oder die richtigen Augenblicke erkennen, den richtigen Ort zu sein, kann ich Ihnen dabei helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.